Am Freitagmorgen war es soweit. Ein LKW der Alba Nord stand auf dem Betriebshof, bereit für eine neue Mission. Die Handballer des SV Mecklenburg-Schwerin waren auch mit von der Partie. Seit Jahren unterstützt Alba Nord aus Schwerin die hiesigen Sportvereine. Jedes Mal wird nach neuen Ideen gesucht. Und die einfachsten davon sind vielleicht auch die besten. Der Alba-LKW mit zwei Werbebannern des SV Mecklenburg-Schwerin ist tagtäglich in der Region unterwegs. Einen besseren Werbeträger für den Verein gibt es wohl kaum. Somit sendet das Unternehmen auch ein wichtiges Signal. Unterstützung des Sports ist eine Ehrensache für die Wirtschaft. Nicht nur Geld spenden, auch schlaue Ideen sind gefragt. Mit dieser Botschaft begibt sich nun das Alba-Fahrzeug auf seine sportliche Mission.